vielen 4,5 prozent er wird jetzt zum ende das ist sagen doch wissen dass er es schafft natürlich war das sehr sehr nice genau wie wenn mcafee das noch schaffen würde käme dann auf 5,5 und eben er wie gesagt aber er ist ein poro 04 trotz des tors oder abstand zwischen welt vorletzten und letzten tors geringer als dazwischen dem vor vorletzten und dem letzten also er robbt sich ja langsamer an was sieht wie sieht es bei den jugendspielern aus hat bei 4,5 und innenverteidiger vielleicht thomas taylor vielleicht nennt man denn als innenverteidiger einsetzen ja könnte man echt machen so noch ein 0,1 hier hatte ich gerade nicht weiter ein tier eingesetzt nein so jetzt aber nee ich vertraue ihm nicht brown kommt so siegprämie definitiv ist das eine englische woche oder nicht englische woche es ist keine englische woche das heißt auch noch mal trainingsfeiertag dann haben wir sogar 3000 rein doch ein ugo jermaine daveau steht auf der transferliste von west ham ich denke der hat auch fast er hat tottenham durch und west ham ich glaube von estham ist er allerdings direkt glaube ich nach tottenham und slavo freier 44 beträgt die fitness mittlerweile jetzt steigt sinkt es erst mal 28 nein hand fällt auch aus vielleicht ja hand fällt auch aus nein unser mittelfeld fällt aus einen können wir ersetzt bis zwei aber nein hand verletzt sich auch noch warm laufen erstmal wie immer kurze sprints lange sprints das lustige ist dann steht immer noch die prozent ich weiß nicht wie sich da steht zwar fünf prozent mehr aber du siehst es nicht in der übersicht dass dann fünf plus den noch normalen wird immer noch durch den gleichen werde ich weiß es nicht glaube ich zumindest so trippeln ja dass andy woodman nicht gerne dribbeln will das ist ja eigentlich zu erwarten er ist ja toll durch schüsse waterman zehn prozent auf einen schlag nice noch mal lockerung zehn minuten trainingsspiel 20 minuten ja mach mal und auslaufen so nice one mouth angibt an scott mcniven interessiert ja wenn die uns entsprechend was geben dafür aber jetzt fällt echt hand aus ne hätten wir doch den ey wenn ich das gewusst hätte ne hätten wir doch den mannschaftsart dann hätten wir vielleicht fünf tage auf vier tage setzen können weil er wieder fit thomas taylor hat es geschafft nice ja hand fällt auch aus ist das ärgerlich dafür muss wenn ich das an das hilft nix und die müdlichkeit ist ein bisschen gefallen aber die fitness steigt langsam ne echt langsamer aber sicher vielen ist zwar immer noch bei 24 aber langsam habe ich den eindruck dass es steigt also big shoes ist stärker als besseren also direkt rein mit ihm nochmal speitern und gucken wir uns an wie die donkester rovers spielen jetzt kurz war ja auch okay zum zweiten code trennen sorg für disziplin miller leutnant miller war das nicht hieß denn ich müller bei james ryan david miller boah wie ist leutnant miller leutnant oder corporal miller irgendeiner von denen hieß doch miller sooo dann schauen wir mal mit einer der wichtigsten spieler des jahres wieder rovington im tor wieder ein beach in der in-verteidigung mit forster und einem ausputzer namens marbles auf den außen spielen morgan and foy tierney and mac in tier intire mcintyre könnte ich mcintyre aus answürf mittelfeld im zentralen sowie im offensiven und fortune west and sail im sturm ich geh es nochmal an und speichere noch ein drittes mal das ist mir echt sonst zu der vorstand ist weiterhin nicht interessiert wir müssen das uns schaffen äh du los geht das würde ich sagen gegen die donkester rovers mit dem rumpf mittelfeld ja wieder angespanntheit 5771 fans bei bewölktem wetter dabei das ist doch schon mal gut 373 gäste fans michael brown der trainer bei denen reihe vier platz acht kommt ja fast sogar mit den platz jungen hin 9 und 3 ja eins noch versetzt als ob gewinnt die platzfall der donkester liegt im angreif erste minute tierney mcintyre und fortune west steht eigentlich immer im weg da kann man schon mal anrufen da kann man schon mal anrufen sechste minute ecke als pickschutz als ob wo 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 搭 wo 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 jetzt ja vielen wollen es und der karte lade bieter zu ecke ich hatte nicht einsprungen als ob ich sie fahren die ecke pokers einmal außennetz nein knapp über das so ein außennetz wachs pokers chancenausgleich ans wirf er hat einfach noch es gibt es nicht was bohukara ist immer er gibt sie so viel mühe aber hat einfach kein glück wenn es vorstellt gut und dazwischen oh no yes tito setzt sich nicht durch aber ein abwehrspieler von uns kann klären die fans anheizen schöner pass von tito in die spitze als ob in der gelingheit forster mit einem fern-tagling dazwischen marbles er kommt zwischen ball auf tiani sail tor und willing hinten sail war das tor wie die donkester robbers haben das spiel gedreht ecke als ob tito du passest diese flanke aber war nicht keine mühe diesen ball zu fangen freischuss als ob white hat das schattet euch aus zehn meter tor ausgleich white hat ausgleich halbzeit zwei zu zwei also jetzt white hat loben waterman loben nach dem distanzschuss anfeuern wir und julian nimmt sich mit wir müssen die kritisieren dass er es besser machen muss matt motivieren ne poro wir müssen nicht aufgeben kommt sorgt dafür dass man auf jetzt vom platz fliegt bei denen ich bin zum anheizen nicht nicht mit rein kommt für marbles ok er reagiert und nimmt den geld vorbelastet aus morgen schatten sich offen sie waren seit fast hier sei aber dabei geht sowieso ein tor vorbei freisch ist von uns als ob die rote in schlauform beach glät zur ecke also flach eigentor beach eigentor beach ich springe jetzt besser für poruka das ist mir jetzt gerade zu tun come on siebte ecke elzop hoch diesmal tiani klärt souverend per kopf vierundsextigste foy marschiert nach vorne hat zeit zum flanker an zwölf in die arme schlumpfi geht in die offensive kommen schlumpfi hat auch noch einen dessen schuss raus komm ecke war ich erklärt schlägt sie direkt auf so vorstags steht am konsol elzop torgoal elzop big schules schlägt wieder zu vier zu zwei vielen auf bassem auf waynes unterkante latte vorstags zur ecke goal jetzt bassem von beach fortune west hankt mich zu answurf vier zu drei mcgriffe kommt wer mcintyre lange pässe immer schneller konnte tito geht mit dem ball nach vorne kommen trifft auch noch mal aus der distanz beach werft sich in den ball und plackt ab an zwölf verletzt sich jochbeinbruch dafür kommt spadding der doppeltorschützer von donkester geht fünf minuten noch angriff von uns weithead in die passende spitze aber die abwehr hat auch fast gewisse auf bis auf forse auf elan warrington glänzend freischuss donkester vor beach schlumpfi glatt zur ecke erste ecke nach 86 minuten sale nein 4 zu 4 mit der ersten ecke abpfiff das gibt es nicht was ist das für ein spiel wieder gewesen 4 zu 4 wer lagen in führung mit zwei torern kommt sale mit der ersten ecke krass ja aber negativ krass das wäre die chance gewesen meine stimme versagt langsam ja wie gesagt voll zwanzigste vorderge also respekt und hätte pokare wieder getroffen hätte er zwei chancen knapp übers tot ans außennetz das gibt es nicht ein erschlichter punkt der gäste ja so sieht es aus steve an zwölf spieler des tages ja definitiv neunter wir bleiben neunter acht punkte weiterhin hätten wir gewonnen ne 65 wären wir sechs punkte dir wohl wieder mit einer negativen tordifferenz weil sie gegen hal 5 1 auf die fresse kriegen hey oxford und donkester trennen sich 4 zu 4 jirrell verliert 5 zu 1 zu hause gegen halb carlisil spielt 3 zu 0 zu hause verlierend gegen mansfield bristol verliert ebenfalls zu hause allerdings 2 zu 3 gegen lincoln becklesfield town verliert auch zu hause gegen scan forby mit 3 zu 1 darlington gewinnt 1 zu 0 gegen swansea dann haben wir jetzt nächstes ergebnis ebenfalls 1 zu 0 zwischen cambridge und torkay northampton verliert 3 zu 1 gegen spitzenleiter beery boston verliert zu hause 0 zu 1 gegen rochdale hartersfield und lead narion trennen sich 1 zu 1 kinderminster spielt 0 zu 0 bei southend york gewinnt 1 zu 0 gegen sheldonham ey alter das ist trotzdem also wenn man wirklich alle chancen von porukara zusammenrechnet ich denke wir wenn mit sicherheit hier oben mit dabei vertreten hätten knapp die 70 punkte so vielleicht zwischen 69 und vielleicht 71 oder so schätze ich mal minimum 6 bis 7 punkte mehr was der liegen lässt noch ne weit hat spieler das in der elfte sages ich weiß nicht wer unser nächster gegner ist ich habe es nicht mehr so steve ans wirf ist sogar noch das ist ein jugendspieler von denen auch noch zwölf tore in 23 spielen ja moin aber wir haben auch einen der hinterher woche ist schon jange in vier wochen und prinzip soll wieder verkauft werden denn die kolberto medito woche ist schon jange in vier wochen und prinzip soll wieder verkauft werden denn die kolberto medito und hand ist jetzt wieder fit ja hand hätte vielleicht wieder den unterschied gemacht hand kommt auch der klein für obwohl und wainless kommt auf die ersatzbank für brown altfeed ist auch wieder fit dann ist pünktlich zum spiel lincoln und townslay ist dann auch fast wieder fit ne ja townslay ist auch ein schüler dabei kommt für scott vielen hat wieder das die gas gegen vier kommers war zwei dann kommt er dran und waterman dann 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 dann